Jetzt sind wir auf der Sandwichen Crocodile Cruise auf dem Schiff und hier die Bedienstete hat hier gleich schon die ersten Fleischstücke festgemacht und jetzt warten wir nur auf das Krokodil. Die sind ja hier auf diese Fress-Touren trainiert und werden wohl jeden Moment gleich auftauchen. Im Übrigen ist das hier natürlich ein wahnsinniges Gebiet, das auch an Amazonas-Castard erinnert. So, jetzt wollen wir mal sehen, ob hier so ein Biest springen wird. Ah, da kommt eins. Jetzt wollen wir doch mal sehen, was jetzt passiert. Aber es muss ja springen, heißt ja Jumping Crocodile. Der scheint satt zu sein, der Bursche. Jetzt macht er kehrt. Jetzt steuert er das Fleischstück an. Jetzt wollen wir mal sehen. Ah, dann kommt schon. Oh, hope I'll never be that hungry. Hopp. A Jumper. Ah ja. Über die Nase. Ah ja, nicht schlecht. Aber die müssen ja viel höher rauskommen. Was im Wasser. Ach, na, nun gönne ich mir das doch. Oh, ja, ich habe das doch.